Hallo und willkommen zu einem kurz informiert Video. Heute schauen wir uns die wichtigsten Dinge an, welche mit Phase 2 neu ins Spiel kamen. Uldur hat seine Pforten geöffnet und kann nun im 10er und 25er Modus betreten werden. Hier gibt's das neue T8 Set. Damit ist zugleich der legendäre Kolben Valanir Hammer der uralten Könige erhältlich. Heroic Plus Dungeons oder auch Titan Room Dungeons kamen ins Spiel. Diese aktiviert ihr, wenn alle fünf Spieler die schwebende Rune anklicken und anschließend das Defense Protokoll Alpha bestätigen. Nun bekommen alle Gegner einen auf den Dungeon Hub bezogenen Rune im Buff. Dadurch wird teilweise ihr Leben und ihr Schaden erhöht und sie bekommen weitere Fähigkeiten, die euch den kompletten Dungeon begleiten. In welchem Dungeon Hub euch welche Fähigkeiten erwarten, haben wir vor kurzem in einem Video erklärt. Schaut hier gerne nochmal rein. Wir verlinken es euch in der Beschreibung. Bosse in Heroic Plus Dungeons droppen Item Level 200 aus den T7 10 Mann Schlachtzügen. Der letzte Boss lässt hier sogar 213er Items fallen. Wenn ihr genau wissen wollt, welcher Dungeon bzw. welcher Boss aus den HC Instanzen welche Items fallen lässt, dann schaut unbedingt in das Google Doc Sheet, welches ihr schon im Hintergrund seht. Wir verlinken das ebenfalls in der Beschreibung. Am Schluss des Dungeons gibt es dann noch für jeden Spieler eine Beutetasche. In dieser befinden sich drei Embleme der Eroberung. Das sind die neuen Marken, mit welchen ihr teilweise besten Slot Items oder auch Runen beschriebene Kugeln kaufen könnt. Letztere benötigt ihr für das Herstellen gewisser Items, deren Rezepte ihr aus Uldur bekommt. Embleme der Eroberung gibt es nun auch für eure Daily HC Quest. Schließt diese am besten täglich ab. Für alle Heroic Plus Dungeons gibt es außerdem neue Erfolge. Hier müsst ihr Pro HC Plus, alle Bosse besiegen. Ihr müsst ab sofort den Naxxramas nicht mehr alle Flügel clearn, um Saphiron und Kulthusat angehen zu können, sondern könnt euch direkt mit dem Teleporter in der Mitte zu ihnen teleportieren. Zehn Mann T7 Raids droppen Loot aus T725. T725er Raids droppen dafür mehr Items. Ihr könnt nun euren Kirin Tor Ring upgraden. Das kostet allerdings 1000 Gold. Der neue Ring hat ein Item Level von 225. Der Dungeon Finder zeigt euch nun an, welche HC's ihr schon erledigt und somit eine ID habt. Der neue Boss in 1000 Winter, Emelon der Sturmwächter erscheint am 24. Januar. Das Loot System funktioniert ähnlich wie auch bei seinem T7 Vorgänger. Ihr könnt Sturmjuwele, die epische Steine aus dem Beutel bei eurer Angel Daily bekommen. Diese sind die einzigen epischen Steine, neben den exklusiv für Juwelenkunst, welche bis Phase 3 erhältlich sind. Sie haben etwas bessere Stuts als die blauen aus P1. Das Agentum Turnier ist live. Hier könnt ihr die erste Daily Quest abschließen. Es gibt neben jeder Menge Gold ein neues Rankingsystem, bei dem ihr euch bei den verschiedenen Rassen eurer Fraktion an die Spitze bis zum Ranked Champion hocharbeiten könnt und nebenbei Siegel des Champions verdienen. Hierfür könnt ihr euch dann unter anderem fraktionsbezogene Mounts, Wappenröcke oder andere Items kaufen. Wir verlinken euch eine Seite mit allen Belohnungen in der Beschreibung. Was nach wie vor leider nicht im Spiel ist, ist der Fraktionswechsel. Dieser sollte eigentlich Lob Blizzard in einer der ersten Phasen im Spiel erscheinen. Wir halten euch euch hierbei aber auf dem Laufenden, sobald es weitere Infos gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.